Willkommen zu einer neuen Episode von Mittelstand hautnah. Heute tauchen wir ein in die Welt der Informationssicherheit. Ein Thema, das in unserer zunehmend vernetzten Welt immer wichtiger wird. Mein Name ist Christian Rahn und ich freue mich, mit meinem Gast Michael Kornmann heute das Thema Risikomanagement in der Informationssicherheit näher zu beleuchten. Ich wünsche gute Unterhaltung und zahlreiche Impulse. Mittelstand hautnah. Der Podcast mit den Impulsen aus der Praxis für die Praxis. Mit den Themen, die den Mittelstand bewegen und den Lösungsansätzen, die ihn voranbringen. Als Gast zum Thema Risikomanagement in der Informationssicherheit haben wir Michael Kornmann eingeladen, einen erfahrenen Experten fürs Thema Datenschutz und Managementsysteme. Michael ist Gründer und Geschäftsführer der QS Kornmann, die sich auf die Beratung von Unternehmen in den Bereichen Datenschutz, Informationssicherheit sowie Managementsysteme spezialisiert hat. Gemeinsam mit seinem Team hat er es sich zur Aufgabe gemacht, diese komplexen Themen auf die individuellen Bedürfnisse seiner Kunden zuzuschneiden und die Umsetzung im Unternehmensalltag praktikabel zu gestalten. Mit seiner reichhaltigen Erfahrung und Expertise ist Michael natürlich genau der richtige Ansprechpartner, um uns Einblicke in unser heutiges Thema zu geben. Hallo Michael, herzlich willkommen beim Mittelstandort Nah. Schön, dass du da bist. Hallo Chris, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ist ja doch ein sehr spannendes Thema, weil Cyber Security oder Abwehr auch von Angriffen ist irgendwie in aller Munde, medial sehr präsent und dennoch gefühlt irgendwie nicht wirklich so greifbar. Vielleicht kannst du ganz kurz nochmal beschreiben, worüber reden wir jetzt eigentlich? Ja, also das Thema Cyber Security oder Cyber Sicherheit ist genau wie du gesagt hast, in jeder Munde. Überall wird es propagiert. Jeder nimmt das Thema als Schlagwort in den Mund, nehmt das so als Cliffhanger auf. Aber was dann wirklich akut zu machen ist oder was der Geschäftsführer oder Inhaber von einem Unternehmen, damit diese Informationen anfangen muss, sind meistens die Informationen, die dann eben nicht mehr verbreitet werden, nachdem dann halt einfach gesagt wird, kümmert um dich. Wie schätzt du denn so den Status quo und punkto Cybersicherheit so einer deutschen Unternehmenslandschaft eigentlich ein? Also ich sehe es durchmischt. Also ich berate ja verschiedene Firmen in Informationssicherheit, Cybersicherheit und solchen Dingen. Und es ist ein bunt gemischter Haufen, um es vorsichtig auszudrücken. Du siehst viele Unternehmen, die sich da echt Gedanken drum machen, die sich schon Bewusstsein geschaffen haben. Und du siehst halt einfach Unternehmen, die halt noch ganz am Anfang der Entwicklung stehen und einfach Plumpe oder einfach Fehler machen oder Dinge nicht tun, die man ganz einfach mit wenig Impact und wenig finanziellen Mitteln einfach umsetzen kann, um seine Cyber Security oder seine Cybersicherheit immens zu erhöhen und zu verbessern an dieser Stelle. Also für mich ist es eine bunt gemischte Sache. Ich habe so das Sache, dass ganz, ganz viele schon viel tun. Aber es hat, wie gesagt, noch viele gibt, die am Anfang sind. Ist das eine Frage von Unternehmensgröße? Kann man sagen, große Konzerne sind da wahnsinnig gut aufgestellt, weil sie Ressourcen haben und der Mittelstand oder der kleinere Mittelstand, der hängt da hinterher, weil ihnen vielleicht auch die Möglichkeiten zählen? Oder geht das quer durch die Bank? Das geht quer durch die Bank. Und es ist auch gar nicht so, wie man eigentlich immer behaupten oder vermuten müsste, dass größere Unternehmen oder große Unternehmen, die entsprechend über Budget verfügen, besser aufgestellt sind oder bessere Cybersicherheit oder IT-Sicherheit haben. Es ist eher von meiner Beobachtung her so der kleinere Mittelständler, der da, wenn er bewusst an das Thema rangeht, sich wesentlich besser aufstellen kann, weil er halt eben von der Infrastruktur und von seiner Sache her wesentlich einfacher aufgestellt ist und die Dinge wesentlich besser unter Kontrolle bringen kann, wie jetzt ein Großkonzern. Ich meine, nehmen wir nur mal das Beispiel mobile IT und Laptops. Wenn ich in einem kleineren Unternehmen bin, wo ich zehn Mitarbeiter habe und habe zehn Laptops und habe vielleicht noch zehn Firmen, die ist dabei, kriege ich das Thema natürlich viel einfacher an meine Mitarbeiter und meine IT-Security rein, als wenn ich ein Konzern bin, der mit 1500 Laptops und Mitarbeitern durch die Gegend rennt. Also da ist der Aufwand von größeren Unternehmen viel größer und da ist nicht immer gesagt, dass größere Unternehmen besser aufgestellt sind. Dann lass uns doch mal konkret auf die Risiken eingehen. Welche Risiken siehst du denn da ganz, ganz vorne für die Wirtschaft? Also ich sehe, oder das ist das, was auch in den Medien viel gesehen wird, ist auch das, was ich sehe. Es gibt halt ganz große Probleme oder es gibt ganz große Risiken, dass wir einfach Daten verloren gehen, dass wir Daten abgegriffen werden, dass meine Server verschlüsselt werden, dass ich irgendeinen Hackerangriff am Ende des Tages entliege, durch irgendeine E-Mail, die reinkommt, durch irgendwelche schlecht und falsch konfigurierte Firewalls und ich dadurch einfach zwei Sachen habe in meinem Unternehmen. Zum einen habe ich einen wirtschaftlichen Schaden, weil ich nicht aktiv arbeiten kann, weil mir meine IT so lahmgelegt ist, dass ich eben kein Geld mehr verdienen kann. Und auf der anderen Seite sehe ich das Problem und da sehe ich den Schaden, den die Unternehmen haben, dadurch, dass einfach Informationen abfällt. Ja, und da ist es egal, ob es jetzt meine Kundendatei ist, die vielleicht für andere Mitarbeiter oder andere Unternehmen wichtig sein kann oder womit ich erpresst werden kann. Aber das kann halt auch die technische Zeichnung von irgendeinem Artikel oder von irgendeinem Produkt sein, was ich exklusiv fertige, wo ich eine gewisse Wertigkeit drin sehe und wo ich einen Preis auch auf dem Markt für aufrufen kann, weil ich das Know-how im Haus habe und wenn mir eben dieses Know-how geklaut wird und das Know-how entwendet wird und es wird an Drittanbieter oder an anderen Konkurrenten verkauft, dann fehlt mir das Know-how. Und dann habe ich eine ganz extreme wirtschaftliche Schädigung von meinem Unternehmen. Und das sind so diese Kernthemen in der IT-Sicherheit oder in der Cyber Security. Jetzt, wenn wir heute ja über Risikomanagement reden, das heißt ja, wir versuchen irgendwo diese Risiken in den Griff zu kriegen. Wie startet man so ein Risikomanagement in puncto Cyber Security? Also das ist ja der Ansatz von dem Thema heute und das ist so die Sache, die ich so ein bisschen nahe bringen möchte, dass ich einfach auch sage, guckt doch mal erstmal selber im Unternehmen, was habt ihr und wie starte ich mit meiner Cyber-Sicherheit und wie nehme ich so einen Status quo auf? Und da ist es ganz wichtig und das ist ganz essentiell und das ist auch immer so mein Anfang, wenn ich in eine Beratung reingehe, und man muss sich erstmal Gedanken machen, ganz für sich als Geschäftsleitung, gerne mit einem Berater mit dabei, was habe ich denn überhaupt für Daten, die ich schützen muss in meinem Unternehmen? Das heißt, was ist denn das, was mein Unternehmen ausmacht? Was muss ich denn eigentlich schützen? Und was habe ich für Risiken, um diese Daten, dass diese Daten verloren gehen, also entwendet werden oder verschlüsselt werden? Also welche Daten sind denn eigentlich schützenswert und wichtig und welche Risiken bestehen, dass wir diese Daten einfach verloren gehen? Und das ist so der Einstieg in die ganze Sache und der Einstieg auch in den risikopassierten Gedankenansatz von Cybersecurity in Kombination mit Risikomanagement ist, dass man halt einfach sich erstmal seinen Risiken überhaupt bewusst wird, in dem Sinne, dass man sich überhaupt erstmal vergegenwärtigt, was muss ich denn schützen? Was sind denn meine Kerndaten im Unternehmen? Ist das jetzt die, ich sage jetzt einfach mal salopp, ist das jetzt das Bewerberlaufwerk, ist das mein Outlook-Postfach oder sind es halt meine CAD-Daten, wenn wir in irgendeinen Fertigungsbetrieb reingehen? Und wie kriege ich, wenn ich erkannt habe, was ich überhaupt für schützenswerte Daten habe, dann im nächsten Schritt, wie kriege ich diese Daten sicherer und wie kriege ich die geschützt gegen Angriffe? Jetzt hast du das ganz konkret auf Daten bezogen. Ich kann das aber sicherlich auch auf Prozesse übertragen. Wenn bestimmte Prozesse nicht mehr laufen, dann heißt es, wie schütze ich dann Prozesse? Ja, also das ist immer so ein Klassiker, den ich immer auch in der Risikobewertung und in der ganzen Sache mit reinbringe. Es sind immer so Prozesse, also jedes Unternehmen hat Prozesse und jedes Unternehmen braucht auch Hardware, neben Daten halt auch Hardware, damit die Prozesse funktionieren. Und da ist es immer so ein Klassiker, den ich immer gerne mit reinbringe, ist, ich habe eine IT-Infrastruktur stehen und ich muss mir vergegenwärtigen, dass mir bei so einer IT-Infrastruktur eigentlich immer zwei Dinge passieren können, die mir die Struktur so ein bisschen auseinanderreißen. Das eine, was passieren kann, ist, dass das Internet ausfallen kann. Das kann immer mal passieren, dass also eine DSL-Leitung oder eine Glasfaserleitung mal einen Fehler hat und somit steht mein Internet. Das heißt, ich bin nach außen abgeschottet. Und das Zweite, was mir immer mal passieren kann, wovor ich nicht gefeit bin, ist, dass irgendwann mal der Strom ausfällt. Und wenn es nur kurzfristig ist. Und wenn ich eine Serverlandschaft stehen habe und habe halt nicht mit irgendeiner USV-Anlage, also mit einer Batteriepufferung, den Server so abgesichert, dass halt mal selbst ein kurzfristiger Stromausfall abgepuffert werden kann, ja, und der Strom geht mal weg. Und wenn es nur für Sekunden ist, dann ist mein Server aus. Und ein Server aus heißt nicht, wenn ich ihn wieder einschalte, wenn ich drücke auf irgendeinen Knopf, gehe einen Kaffee trinken und die Welt ist wieder Wolke, sondern wenn ich einen Server, je nachdem, was ich für ein Unternehmen habe, wenn mir ein Server mal wegen einem Stromausfall stehen bleibt, bis ich den wieder am Laufen habe, sind schnell mal ein, zwei Stunden weg. Und das bedeutet in dem Moment Arbeitsausfall für die Mitarbeiter, die dahinter hängen. Und das kann halt auch schon entstehen. Und deswegen, klar, es gibt Prozesse, ja, die dahinter sitzen. Und das ist in den meisten Fällen die Hardware, wo man sich Gedanken drüber machen muss, wie schütze ich meine Hardware, was hat, also wo liegen meine Daten und was brauche ich als Hardware zwingend erforderlich, um arbeiten zu können. Wenn du in ein Unternehmen reingehst und sagst, okay, jetzt machen wir mal eine Risikobewertung, kann ich mir das vorstellen im Grunde, du nimmst ein weißes Blatt Papier oder ein Whiteboard und fängst erst mal an aufzulisten, was habt ihr am Prozess, was habt ihr an Daten oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich starte noch nicht mal mit einem weißen Blatt Papier, sondern ich starte mit einem Geschäftsführer, ich will in der Regel noch den Verantwortlichen für IT oder irgendeinem Triebsleiter mit dabei und wir trinken einen Kaffee. Ganz klassisch. Was macht euer Unternehmen? Was macht ihr überhaupt? Damit man ein Verständnis für das Unternehmen kriegt, dann fragt man, was ist denn, wenn man das Kerngeschäft hat, weiß man, kriegt man so ein Gefühl dafür, was habt ihr denn für Daten, was müsst ihr schütten, wie seid ihr aufgestellt? Habt ihr Außendienstmitarbeiter, habt ihr viel im Homeoffice am Arbeiten, hat jeder ein Firmenhandy? Also du kriegst, im allerersten Moment machst du dir ein ganz großes Gefühl für das Unternehmen, du lernst dich kennen, das ist bei solchen Dingen auch immer eine ganz starke Vertrauensfrage, dass du mit der Geschäftsleitung und mit dem, der dir gegenüber sitzt, dass der offen mit dir redet und einfach sagt, wo der Schuh drückt beziehungsweise was, wie sie aufgestellt sind und dann geht man wirklich dran und macht Listen. Was sind meine Kerndaten oder meine Kernprozesse, die ich schützen muss? Welche Hardware hängt hinten mit da dran? Und dann kann man Spiele spielen. Also es gibt verschiedene, in dem Risikomanagement gibt es verschiedene Analysemethoden, die man nutzen kann. Ich benutze immer ganz gerne so eine analytische Methode, dass ich der Geschäftsführung sage, was muss denn ein Mitarbeiter machen oder was muss denn passieren, damit dein Unternehmen stillsteht? Also was muss wirklich passieren, dass du hier nicht mehr Handlungsfähigkeit musst? Und wenn der sagt, um Gottes Willen, also ich weiß ganz genau, wenn mein Internet weg wäre, könnten hier 150 Mann nicht mehr arbeiten und die ganze Kiste würde stehen. Dann weiß ich schon ganz genau, was bei ihm für ein Risiko besteht und wie er das rucht. Oder wenn er sagt, er hat einen Außendienste mit 120, 150 Mitarbeitern, die alle mit Laptops durch die Gegend, dann wäre die nächste Frage an den ITler drüben, sind die Laptops verschlüsselt? Wie habt ihr ein Mobile Device Management aufgebaut? Wie handelt ihr die Laptops? Habt ihr Richtlinien, habt ihr Regeln geschaffen, dass die Mitarbeiter wissen, was sie mit Laptops tun dürfen? Stichwort ist zum Einkaufen, auf dem Cabrio liegen lassen und all so Spielereien, was man so im täglichen Doing dann so sieht mit Unternehmen. Und dann kommt man ganz schnell in die Kiste, in die Regeln rein, dass man Risiken und Risikopotenziale in dieser Sicherheit und in der Cyber Security einfach sieht und identifizieren kann. Das heißt, so ein Blueprint in Form einer Checkliste, die man sich nehmen kann und sagen kann, sich was, der Bundesdatenschutzbeauftragte hat eine Checkliste rausgegeben, die hage ich dann ab, dann bin ich sicher, gibt es eigentlich gar nichts. Du sagst, das ist wirklich höchste. Ja, individuell? Genau, das BSI hat in der Tat eine Checkliste, die kann man sich runterladen. Es sind allgemeine Gefährdungen drin und ein paar Elementargefährdungen drin. Das ist mal ein Leitfaden. An dem Punkt sind wir dann auch irgendwann, dass wir uns das nochmal angucken und abarbeiten. Je nachdem, wenn die normlastig sind und in der 27001 als Informationssicherheitszertifizierung rein wollen, guckt man sich das irgendwann mal an. Aber Risikomanagement beziehungsweise Cyberrisiken und im Unternehmen zu erkennen, was sind denn jetzt wirklich meine Cyberrisiken, ist meiner Meinung nach höchst individuell und kann nur ausgearbeitet werden, wenn du dich wirklich intensiv mit der Sache beschäftigst. Und da muss auch immer ein Verantwortlicher vom Unternehmen, also Geschäftsleitung, IT-Leitung, muss immer was an der Hand haben. Also ein Berater, der sagt, ich gehe mal in dein Unternehmen rein, ich schreibe dir eine komplette Risikoanalyse von deinem Unternehmen und ich kümmere mich darum, ich identifiziere deine Risiken und sage, wo deine Cybersecurity-Probleme liegen, kann in meiner Meinung nach und in meiner Welt nicht funktionieren, weil es eine individuelle Beratungsgeschichte ist und jeder muss das individuell gestalten. Ja, geh mal, wenn wir über Cybersecurity-Risiken können, ist auch so ein Klassiker, ist so passwortsicher. Ja, das kriegst du halt nur raus, wenn du mit den Mitarbeitern oder mit der Geschäftsleitung mal redest. Wie habt ihr es denn gelöst? Wie macht ihr es denn? Ja, wenn der sagt, ja, Passwörter, das macht jeder individuell und Pass 1, 2, 3, 4 wird schon in Ordnung sein, weißt du ganz genau, wo du deinen Beratungsansatz dransetzt. Wohingegen, wenn der sagt, ja, Passwörter, müssen sie mir nicht kommen, wir haben einen allgemeinen Passwortmanager, die Sache läuft und wir haben für jeden noch einen Tokenlaugen, dann ist das Thema durch. Also du verstehst, was ich meine. Du musst ganz individuell in die Firma rein, musst dir anhören, was die haben, was die brauchen und kannst dann daraus dein Risiko identifizieren und kannst ein gewisses Schutzniveau aufbauen. Jetzt ist natürlich Cybersecurity, ist alles immer sehr, sehr technisch bedingt. Wir sind ganz, ganz schnell bei Technologie. Aber du hast ja auch gerade schon im Gespräch so ein bisschen angedeutet, der Faktor Mensch spielte ja auch eine ganz entscheidende Rolle. Mir ist tatsächlich letztens begegnet beim Gespräch beim Kunden, dass der Außendienstmitarbeiter einen Aufkleber hatte auf seinen Laptop, quasi neben dem Touchpad mit Kennwort und Passwort und Anmeldedaten, damit er sie nicht vergisst. Das ist sicherlich jetzt bestimmt noch eine Ausnahme gewesen, aber wie weit spielt tatsächlich der Faktor Mensch da bei der Cybersecurity eine große Rolle? Also der Mensch in der Cybersecurity spielt mindestens eine 50% Rolle. Das ist einer der ganz wichtigen Faktoren. Also wenn ich es prozentual aufteilen möchte, dann ist es 50-50 und du kannst den Faktor Mensch reduzieren über Technikgestaltung. Das heißt, du kannst halt über eine technisch freundliche Gestaltung von deiner IT-Security kannst du halt den Faktor Mensch ein bisschen reduzieren. Spamfilter, Passwortmanager, Richtlinien mit Notebooks, die verschlüsselt sind, wo die Daten halt eben, wenn dann geklaut wird, die Welt halt eben nicht untergehen. Remote-Arbeitsplätze, Terminal-Server-Sitzungen, also alles das sind Möglichkeiten, wo du den Faktor Mensch ein bisschen runtergreifen kannst. Aber der Faktor Mensch, meine ganz persönliche Einschätzung, wir reden immer von, von, sagen wir mal, Unternehmen, die uns versuchen wollen, zu hacken und die uns, die auf unser Unternehmen eingreifen wollen. Aber so diese größte Sicherheitslücke oder das größte Risiko und das größte Einfalltor für solche Leute oder das größte Risiko, dass bei mir Daten verloren ist, das ist leider oder es ist immer noch der Mitarbeiter oder der Mensch selbst. Das Negativ ist, es ist er, aber das Positive ist, das ist halt was, was ich aus unserem Unternehmen wirklich gut steuern kann und dementsprechend dann halt auch reduzieren kann an der Stelle. Also ja, ich habe diese Klassiker mit dem Passwort aus dem Laptop, kenne ich, ich, wenn ich in ein Unternehmen reingehe, es wird immer noch nach wie vor dieser Running Gag, dass es unter der Tastatur geschrieben steht, dass Passwörter geteilt werden mit anderen Mitarbeitern per E-Mail oder wie auch immer oder am besten in irgendwelchen Worten in Gruppen oder sowas. Also ja, Faktor Mensch ist sehr, sehr groß und da muss man angreifen. Oder du kriegst das, du kriegst ein hohes Maß an Cyber Security in dein Unternehmen rein, wenn du halt eben sensibilisierter Mitarbeiter hast. Wenn du die wirklich mit in dieses ganze Konzept mit einbindest, gibst denen Awareness-Schulung sensibilisierst für das Thema, machst denen mal bewusst, dass es einen Unterschied gibt, ob sie jetzt privat an ihrem Handy oder an ihrem Laptop daddeln oder ob sie eben mit Firmendaten und Firmen-IT unterwegs sind und das ist halt einfach ein wesentlich höheres Schutzniveau, dass man halt, wenn man einen Firmen-Laptop hat, der ist halt einfach verschlüsselt. Da läuft halt einfach im Hintergrund eine Verschlüsselung, dass die Festplatte verschlüsselt ist. Bei einem Firmen-Laptop wirst du als Mitarbeiter, auch wenn es richtig organisiert ist, niemals ein Masterpass, also ein Admin-Passwort haben, sondern du bist ein User und die IT ist dafür verantwortlich, dass bei dir die Updates eingespielt werden, dass die Software aktuell gehalten wird und das ist, es ist ein Werkzeug. Also viele Mitarbeiter sind immer noch der Meinung oder glauben immer noch, das merke ich auch heute noch in der Beratung. Wenn sie von der Firma ein Laptop und ein Handy gestellt bekommen, die BIA, das ist mal voll das für auch die private Nutzung freigegeben und sie können damit jetzt tun und lassen, was sie wollen und dem ist eben nicht so oder dem sollte nicht so sein. Das ist Handwerk, was von der Firma gestellt wird, wo die Firma die Kontrolle drüber haben muss und der Mitarbeiter hat das zu benutzen in einer angemessenen Art und Weise zum Erbringen seiner Arbeitsleistung. Man kennt das ja von wegen Dienstfahrzeug auch zur privaten Nutzung. Das sollte man bei technischen Geräten komplett ausschließen, oder? Heißt, der schöne schicke Mac ist dann auch wirklich nur fürs Arbeiten und nicht fürs Online-Shoppen zwischendurch. Richtig. Richtig. Und es sollte Regelungen geben oder wenn ich es berate, wird es auch immer Regelungen in der Mitarbeitersensibilisierung geben und in der Mitarbeiterschulung und in den Überrichtlinien wird das gemacht. Wenn die IT ausgegeben wird, wird einfach unterschrieben, was sie kriegen und was sie damit tun und was sie damit nicht tun dürfen, damit es einfach von vornherein gelernst. Du wirst wahrscheinlich sicherlich nicht vermeiden, dass ein Mitarbeiter, wenn er mit seinem schönen Firmen unterwegs ist, auch mal auf, ich sage jetzt einfach, um eine Sache zu nennen, auch mal auf Bild.de oder mal auf Amazon.de oder was irgendwas shoppen. Das ist auch hier nicht wirklich das tiefere Problem oder das Ding. Aber es geht halt einfach nie los, um ganz konkret zu werden. Es kann halt einfach nicht sein, dass ich auf dem Firmenlaptop meinen privaten Google-Account oben im Browser einrichte und mich mal Vollgas mit all meinen Google-Konten auf meinem Dienst. Das sind also Dinge, die nicht funktionieren oder dass ich meine private Cloud synchronisiere mit meinem Firmenlaptop, weil ich irgendwelche Urlaubsfotos auf dem Mac wesentlich schöner bearbeiten kann, als ich sie vielleicht zu Hause auf meinem Windows-Rechner war. Das sind halt so Dinge, die einfach gar nicht gehen. Da gilt es, über den risikobasierten Ansatz zu gucken, wo sind die Probleme, wo habe ich die Risiken und dann ganz klare Regeln zu schaffen und den Mitarbeitern das aber dann auch nicht so als du musst, du musst, du musst und du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht, sondern in einer Awareness-Schulung oder in einer Kommunikation so mitzuteilen, pass auf, das machen wir bitte nicht oder das tun wir nicht genau aus den und den und den Gründen. Es gibt einen Unterschied zwischen privat und dienstlich. Dienst ist Dienst, Schnaps ist Schnaps, und bitte behalte das, was für einen Dienst gedacht ist, auch wirklich nur für den Dienst. Da gibt es keine Einbrunnen-Sentriche. Das heißt eben letztens, zum Risikomanagement gehört eben auch tatsächlich nicht nur der Prozessor für sich aufzustellen oder zu definieren, sondern tatsächlich sie auch stark zu kommunizieren, warum man das auch tut. Weil am Ende geht es ja auch, wenn alles lahm liegt, dann habe ich im Zweifelstück auch keinen Arbeitsplatz mehr. Richtig. Also wenn wir den Bogen wieder ins Risikomanagement machen, hast du genau diese Stelle, dass du deine Risiken identifizierst und überlegst dir Maßnahmen, wie du diese Risiken reduzieren kannst. Also Risikobehandlung heißt es im Fachdeutsch. Und dann ist bei vielen Risikobehandlungen eben hinten dran. Richtlinien schaffen und Awareness schaffen, also sprich Mitarbeiterschulen und klar sagen, was ja und was nein in Bezug auf irgendwelche Nutzung. Und das zieht sich durch alles durch. Das ist der Laptop, das ist das Firmenhandy, das sind Akten, die aus dem Unternehmen mit rausgenommen werden. Running Gags sind immer USB-Sticks. Bei vielen Unternehmen, wenn Konstruktionszeichnung oder 3D-Zeichnungen oder wirklich wichtige Daten, die halt einfach auf so einem USB-Stick unverschlüsselt im Hosensack mitgenommen werden, wie schnell ist der weg? Also wie schnell ist da irgendwas passiert und wie hoch ist da mein Risiko, dass die Daten abfließen? Also bleib bei einem Dienst, bei einem Betrieb, der eine Fertigung hat. Wenn ich Fertigungsdaten habe und habe 3D-Zeichnungen, die hochsensibel sind, die vielleicht irgendwelche Prototypen betreffen und ich eine Serveranlage habe, die abgeschottet ist mit Firewalls und Zwei-Faktor-Authentifizierung und alles dicht ist und der Mitarbeiter zieht sich die Daten, die er haben will, weil er vielleicht daheim auf seinem anderen Rechner weiterarbeiten will oder im Homeoffice weiterarbeiten will, zieht sich die Daten auf den USB-Stick und lässt es irgendwo fallen und verlieren. Dann sind die Daten weg. Dann habe ich alles, was ich mir vorher an Sicherheit überlegt habe in meinem Unternehmen. Einmal komplett ausgehebelt und die Daten liegen auf irgendeiner Straße und Joko, wer weiß, wie sie finden. Da kann ich nur froh sein, wenn der Brust drüber fährt und der Stick ist kaputt, aber damit kann ich halt nicht drauf tun. Ich muss halt dann davon ausgehen, dass es irgendeiner findet, der es verwertet in irgendeiner Art und Weise. Ich halte USB-Sticks eh für recht gefährlich, weil ich sehe das auch immer wieder, die verschiedenen schönen Messegeschenke, die dann da völlig unbedarft in die USB-Slots gesteckt werden oder dass man wirklich weiß, hey, wo kommt das Ding, da ist was drauf. Also, das sehe ich eh nicht, auch ohne der Exchange-Experte zu sein. Du merkst ja auch gerade selber, vieles, was ich erzähle oder vieles, was wir gerade besprochen haben, hat auch viel mit so einem gesunden Menschenverstand zu tun, dass man einfach so vom Bauch schon sagt, ey, ich kann das gut sein. Also, ja, also, du sagst ja gerade selbst, so USB-Sticks und so Sachen, das kann nicht wirklich toll sein und das ist jetzt wirklich eine super Idee und genau das ist halt auch das, wo ich dann, wenn wir in solchen Sachen reingehen, in so eine Beratung reingehen, meinen Ansatz habe, sag ich, das macht doch einfach die USB-Slots zu. Legt oder, wenn ihr sie aufmachen müsst, legt doch wenigstens einen Scanner über die USB-Slots, dass die USB-Sticks, bevor sie eingesteckt werden und aktiviert werden im Lirnscanner, schafft Firmen USB-Sticks an. Das kostet kein Geld mehr. Da wird bei irgendeinem, bei irgendeinem Versender, seriösen Versender, wird Werbematerial angefragt, da mache ich halt das Firmenlogo drauf und sage, wir nehmen nur noch USB-Sticks und wir lassen Unternehmen nur noch USB-Sticks zu, die unser Brand haben. Das zieht sich hin bis zu, ich habe Kunden, die nehmen das als Einmalstick. Die sagen sich, wenn ich eine Präsentation mache, also, ich habe das auch schon, wenn ich irgendwo Präsentationen mache, dass ich meine PowerPoint auf so einem USB-Stick habe, weil ich musste in einen anderen Rechner rein, ich kann meine IT nicht nehmen, den stecke ich in den anderen Rechner rein und dann war es das für den Stick. Ihr könnt behalten, macht bitte, was ihr wollt, in meine IT kommen wir nicht mehr rein. Das klingt jetzt vielleicht im ersten Augenblick ein bisschen nach einem Overkill, aber es ist halt einfach die logische Konsequenz und wenn ich so ein USB-Stick für zwei, drei Euro im Einkauf habe als Unternehmen, eher um Gottes Willen, also alleine mir jetzt darüber Gedanken zu machen und das Risiko zu haben, was ist denn mit dem, auf dem anderen Rechner draußen für Daten, dem gehören das, wie hoch ist das Risiko, dass da irgendwas, das sind mir die zwei, drei Euro Logger, wer, dass ich sage, nehmen und der freut sich, der denkt, der hat ein Werbegeschenk von mir gekommen, ich überlasse ihm das noch und dann sind wir fein, also das sind so die aktuellen Überlegungen bei IT-Security. Ja, das kann man ja auch wirklich schön so marketingtechnisch, marketingtechnisch kannst du das schön verkaufen als, übrigens, ich lasse dich drücken mir hier ein USB-Stick da, kannst du gerne nutzen, das sind irgendwie zwei Gigabyte, fünf Gigabyte, ich weiß gar nicht, wo heute die Größe bei USB-Sticks ist. Ja, Michael, das waren jetzt ganz, ganz viele Themen, die wir so angerissen haben. Hast du noch so irgendwo so einen ganz schnellen Tipp für unsere Hörer, wo du sagst, hört bitte sofort damit auf oder auch fangt bitte sofort damit an, das zu machen, um eure Informationssicherheit zu gewährleisten? Ja, habe ich auch so einen Running-Gag, den ich auch immer bei mir in den Newslettern nochmal reinspiele und bei mir auf der Homepage immer propagiere, fangt bitte sofort damit an, sichere Passwörter zu benutzen. So banal, wie es klingt und so einfach und so, auch wieder mit so gesunden Menschen verstandmäßig, wie das klingt, aber es ist immer noch keine Selbstverständlichkeit. Ich sehe immer noch Unternehmen, die keine vernünftige Passwortrichtlinie haben. Ich sehe immer noch Passwörter, die geteilt werden. Ich sehe immer noch, dass man Angst vor Multi-Faktor, also vor Zwei-Faktor-Authentifizierung hat und da ist mein eindeutiger Appell, auch wenn es von allen Quellen schon kommt und das BSI das auch immer regelmäßig schreibt, fangt bitte an mit sicheren Passwörtern und erhöht damit Exponenzial eurer IT-Sicherheit. Viele, viele und Software heutzutage sind Cloud-basierend, SASS-Systeme. Wenn ich zum Beispiel, du hast eben auf Prozesse angesprochen, wenn ich mein Management-System, Management-Systeme, wo mein Unternehmen abgebildet ist, liegen heute ganz, ganz oft in Cloud-basierten Systemen. Wenn ich da ein unsicheres Passwort drauflege oder noch nicht mal eine Zwei-Faktor-Authentifizierung und ein unsicheres Passwort zulasse, ja wie hoch riskant ist das denn für meine IT-Sicherheit? Ja, da muss keiner großartig angreifen. Ja, wenn da keine Regeln dahinter sind und das berühmte Pass 124 oder Querzi genommen wird, dann weiß das. Das heißt, mein Appell, nutzt oder fangt an mit sicheren Passwörtern und nutzt, wenn es geht, in den Firmen Passwortmanager. Kauft dem Unternehmen und gönnt euren Mitarbeitern Passwortmanager, um es sauber zu verwalten. Und die können übrigens auch Zwei-Faktor-Authentifizierung gleich mit. Das heißt, dieses Multifaktor, dass du nochmal ein Handy hast oder so, entfällt bei den meisten Passwortmanagern. Du erhöhst sofort und auf der Stelle Exponential deine IT-Sicherheit, deine Zugriffe auf deine IT und das ist für einen Appel und ein Ei am Ende vom Tag. Amen. Ja, super. Ja, vielen Dank. Wir haben heute mit Michael Kormann gesprochen zum Thema Risikomanagement in der Informationssicherheit, Stichwort Cybersecurity. Wenn ihr dazu noch Fragen habt oder tiefer in das Thema einsteigen wollt, die Kontaktdaten von Michael und weiterführende Links findet ihr wie immer in den Shownotes zu dieser Episode. Ich danke fürs Zuhören, dir Michael fürs Rede und Antwortstehen und wünsche uns allen ein allzeit sicheres Business. Vielen Dank. Ich danke auch. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Weitere Impulse gefällig? Sehr gerne. Klicken Sie in weitere Folgen mit aktuellen Themen, die auch Sie betreffen. Eben Mittelstand. Haut nah!